Nichts bewirkt. Und wenn man eine Maske, einen älteren Menschen, welche Keime, eine Maske traut, ist es gesundheitsschädlich. Und jetzt geht man hin, deswegen ist es strafbar. Der Versuch ist strafbar. Und in besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Wann ist es ein besonders schwerer Fall? Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht. Oh oh. So. Gehen Sie mal und sagen Sie es ist das Herrn Kurz. Wir werden es versuchen, hier zu sein. Aber unsere Landesregierung hört nicht zu. Herr Professor, ich möchte nochmal zurückkommen. Wir haben zuvor schon vom Thema Impfen gesprochen. In Österreich ist es wie gesagt so, aber ich denke nicht nur in Österreich, aber in Österreich ist es so, dass selbst...